Grüß euch Freunde, ich bin gerade am Schlüssel, ja, also, leider nicht erster geworden, aber nicht schlimm, den Vierter geht auch vollkommen klar, ja, Diablo, was kann man dazu noch sagen, geile Karre, ich finde es einfach geil, man kann es nicht sagen, ich finde es einfach geil, schickes Fahrzeug, die Farbe war auch sehr schick, und das Sound alleine schon, oh, allgemein die alten Autos, die Röhren immer noch am besten, finde ich, weil die ja keine, nicht so Benziner, die haben richtig so Diesel drin, richtig schön, so, es knallt immer richtig schön, ja, auf jeden Fall jetzt nur mal kurz so Bescheid geben, weil ich muss jetzt um den Kloß fahren, ich musste gerade das Statement, sagt man so schön, zwischen dem Fahrzeug um den Kloß fahren, ja, wie man hören kann, wie groß an, weil vor dem Video, was ich, äh, hochgeladen habe auf YouTube, war es ja nicht an, das war das, wo ich ein Mercedes-Live fahren mit dem Video, also was gerade frisch oben ist, so, sagen wir so, was gerade frisch oben ist, so, ja, gut, ich klicke mich jetzt wieder aus, ich werde euch die Wiederholung schicken, und werde jetzt so eine Reihe, let's, nicht let's play, sondern let's replay machen, ja, einfach mal so, werde ich euch immer so meine, kleinen, ähm, replays schicken, von meinen Gameplays, äh, ja, genau, und lass ich es euch mal entrieseln, oder lass ich es durch, lasst euch berieseln von diesen Replays, ja, gut, ich klicke mich aus, schicke euch das Replay, und mal gucken, wie es so ankommt, und falls es sich so gut ankommt, hm, ist auch nicht schlimm, leicht, trotzdem, heh, finde ich einfach toll, weil das sind Videos, die kann man sich nachher immer wieder mal angucken, wenn der, wenn der, wenn der Speicher auch nachher nicht ausreicht, auf der, auf der PS4 kann man dann wenigstens, auf YouTube dann nochmal auf den Kanal springen, und sagen, ach, ich gucke mir jetzt nochmal das Video über den Diablo an, wenn man ja so nach 5 bis 10 Jahren sagen kann, ach, ich habe einfach wirklich den Diablo, um so weiter zu fahren, aber auf welchen Fahrer gucke ich nochmal ein Video über den, oder so, keine Ahnung, wenn man halt Lust auf was hat, wenn man halt so Nostalgie Sachen wieder hochhören will, da passt das trotzdem gut, ja, so, jetzt mit beim Fisch, ich zeig euch jetzt das Replay, und dann ist gut. So, jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. So, 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 jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020